Ach ne, der ist allergisch. Ach so. Was gegen heiße Hochölfen oder was? Nein, gegen Yeti. Kleine Fotze. Kleine Fotze. Lukas, keine Schimpfwörter. Ah, die Fresse, alte Schlampe. Ach das, oh Gott, das ist so heftig. Das ist das Beste. Das ist so heftig. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter, oder? Auf jeden. Erst mal ein bisschen hier. Große Halle der Zikkurat. Mal schauen, wie das jetzt ausschaut, das Level. Seien wir gespannt. Ich will nicht, dass es lebt. Oh mein Gott. Wo ist die Escape-Taste? Oh hier, Schnee. In Russland. Mhm. Und wir sind alle wieder Sackboy. Oh, ist das schön. Passend zur Weihnachtszeit jetzt gerade. Oh, voll schön. Oh, Schnee. Ich freue mich schon auf Schnee. Da wird das Herz doch weich, Leute. Ich will, dass es schneit. Möchte jemand Ortsdok spielen? Können wir jetzt wechseln? Geht das? Yeah. Achso, ne, im Menü konnten wir so instant wechseln, oder? Mhm. Aber hier nicht. Oh, guck mal, hier sind sogar russische Soldaten. Ah, doch Russland. Wir, die. Wir, die. Wir, die. Swirien. Nein. Mach doch mal ein Chillicken hier. Wir wollen das Spiel spielen. Nein, wir müssen hier. Ich geh weiter hier. Alles Konkurrenzdenken. Ihr kotzt mich an. Hallo. Soll. Ja, jetzt werden wir von denen hier begeiert. Krasse. Krasse. Ah, guck mal, der Dicke. Der steht oben drauf. Der Dicke. Der Dicke. Oh Gott. Auch ich. Auch ich. Ja. Ja. Der hat die ganze Zeit labert, Alter. Da können wir doch nicht reden. Monolog, ey. Die Murmans sind überall in Ziggurat verteilt. Ich hatte eine clevere Idee, wie man sie schnell wiederbekommt. Aber in meinem Kopf gibt es nur noch Windmühlen und Wühlmäuse. Sei es darum. Leider befürchte ich, dass du jetzt einen weiten Weg gehen musst. Eine ist in einem riesigen, brennenden Haut und Klamen. So heiß, wo schwitzt. Eine andere ist in einem Labyrinth verloren. Oh, ein Labyrinth. Da hab ich Bock drauf. Ich nicht. Okay, Labyrinth. Ah. Und Ope. Oh, mechanischer Drache. Das könnte auch cool sein. Aber trotzdem sehr kreativ, oder? Bring alle drei Murmen zu dieser Statue. Und dann wird Hogel zu uns zu... Ja, ist gut. So, der scheint uns ja jetzt durch diese Welt zu begleiten. Und ich finde ihn, ehrlich gesagt, schon um ne Ecke sympathischer als den jetzt grad eben. Diesen komischen Filmtypen. Ja, echt so. Voll der creepy. Besonders, weil er, weil er Irr sagt. Irr. Irr. Achso, ähm, ich steuere uns wieder ne Quest an. Welche wollen wir als erstes? Aber welche? Links. Also entweder in den Hoch... Was? Hochofen, Labyrinth oder Großer Drache. Und lass gleich mal das Labyrinth hinter uns bringen. Schauen. Ja, da bin ich auch nicht so schafft drauf. Ich hab da voll Bock drauf. Das kann doch scheiße werden. Ah, gar nicht. Nee. Nee. Okay, wir müssen runter. Das kann ich nicht. Müssen wir nach hier, oder was? Fährt er uns runter? Aufzug, oder? Nee. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich glaube, dann müssen wir dann nach links, oder? Weil rechts war die Einleitung. Oder weiter rein? Oder? Ja, okay. Hey, du bist gar nicht mehr der Wolf, du bist Helgas. Ja. Weil das bestimmt übrigens gerne ist, wie wenn das keine Fiender-Cutscene ist. Stimmt, ja. Wenn ich da auch irgendwann mal hinkommen soll. Das wird leider nie passieren. Oh, hier. Neue Perlen zum Einkaufen. Weil dieser Franzose mit seinem Kostüm-Shop müsste ja hier auch wieder auftauchen. Stimmt. Und dann kann sich Sorge sein erstes Toggle-Kostüm raussuchen. Wunder, ihr Mockel. Äh, irgendwie... Ja, doch. Hier. Am Gitter. Ach so, schon wieder. Dass der mal was rafft vor uns, Alter. Ich bin begeistert. Was? Was? Hier ein Auge. Ein neues Auge für unsere Gesichter. Für mich? Nein, verdammt. Warte, 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 warte. Erstmal einsammeln natürlich. Immer. Dieses... Vibe macht ihn fertig, ey. Hihi. Das Schlimme ist, diese Oberwelt hat ja nicht so viele Perlen und Blasen. Und das bleibt ja jetzt immer wieder so. Hm. Achso, wir müssen gar nicht nach hier. Was ist denn dann hier? Eigentlich halt ein Öl. Oh, hier? Oh, hier? Oh, hier? Aber das ist auf jeden Fall... Das ist aber auf jeden Fall nicht das, was wir machen müssen. Nicht wirklich. Ah, scheiße. Wir können ja mal kurz gucken, was da passiert. Ah, hol das mal. Das finde ich schön von euch. Richtig nett. Naja, sie sehen wir nun mal. Tja. Müssen wir jetzt saugen. Nee. Einfach runterlassen. Und wenn es zu weit unten ist, Blasen muss wieder hoch. Scheiße, die Perle. Die Perle? So, jetzt kommen wir gleich. Jetzt... Schön. Erstmal den Crab wieder absetzen. So, wir müssen irgendwie weiter nach rechts. Wir sind hier falsch, oder? Ja, da kommt man nicht durch. Oder... Warte mal, warte mal, warte mal. Achso, nee. Ich dachte... Oder? Nee, ich dachte, man kann hier irgendwie durchfallen. Weil das aussieht, als wäre da ein Spalt. Nö. Ja, das... Ja. Wir müssen hier nach unten. Doch nicht runter, ne? Müssen wir gar nicht. Oh ja. Verlogen hast du uns. He he. Aber ja. Nach rechts, oder? Jetzt sind wir beim Bruchofen. Jetzt sind wir beim Pfeilchen. Hier geht's weiter nach unten. Oder wollen wir erst das machen jetzt, wenn wir schon mal hier sind? Wenn wir einmal hier sind. Ach, dann machen wir doch. Machen wir einen Hochofen. Los geht's. Da hoppsen wir mal schnell da rein. Mal schauen, ob es uns jetzt rauskickt, oder? Hm. Ja, höchstwahrscheinlich. Bitte nicht. Macht Zeug für Sachen bereit. Alles klar. Denkt stärker nach. Hm. Ich weiß nicht. Tschüss. Nachdenken musst du ja nicht großartig. Du musst nur übel rennen, weil auf einmal einfach so ein Bossfight kommt. Auf jeden. Der war heftig, ey. Yeti? Wieso hat der Schnupfen, wenn der fucking Hochofen viel zu heiß ist? Oh. Voll geil. Keine Sorge. Ach nee, der ist allergisch. Ach so. Was gegen heiße Hochölfen, oder was? Nein, gegen Yeti. Oh Gott. Hat er gesagt? Oh, geil! Welcher bin ich dahinter? Hä? Die Kamera, was geht denn ab? Kann man den noch, kann man den irgendwie einzigartig machen, dass wir den noch unterscheiden? Nee, ich glaube, dass... Man kann gar nichts machen. Ach so, ich habe einen blauen, ähm, Umhang. Steht? Ey, ich habe grün. Meiner ist lila. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir wegen dem sogleich Aussehen extrem oft verreckt werden. 100% ich kenne es. Oh fuck. Können, dürfen wir da draufsteigen? Ja. Ey, ich finde das aber voll geil, dass wir das so sehen jetzt. Ja, sieht nice aus. Was? Halt unbewohnt, aber ja. Unbewohnt? Umgebung. Oh, hier. Oh fuck, warte, ich komme. Warte. Warte. Oh fuck, ich bin tot. Leute. Ui. Kommt gerade nicht klar. Oh, ihr müsst da draufbleiben. Wieso, was macht der? Nein, nach rechts. Na, ich spring doch gar nicht. Oh, ich spring doch gar nicht. Ne, aber weil das ihn nachlässt und rauskommt und nachlässt und rauskommt und... Oh, was ist das denn? Ach, was ist das denn? Das sind nur Punkteglasen. Ich spring's nicht. Oh, jetzt bin ich so... Ah, ihr müsst auf das Ding da drauf. Und dann... Wieso dann? Höhere Sprungkraft. Wenn ihr erst auf das andere Ding draufgebt. Ne, nicht das. Hä? Na, was für ein anderes Ding? Ne, da wo dieser Ofen ist. Ach so. Dieses Ding genau, dann musst du da drauf und dann musst du da drauf springen. Wow. Ach, warte mal. Komm mal. Ne, warte mal. Warte, warte, warte. Ich mach was anderes. Wuh, nein. Da oben sind Blasen. Ja. Da oben ist Stuff zum Einsammeln. Na dann, na... Okay. Ja, okay. Das versucht sie natürlich. Ja. Ja. Ja, super. Hat sich voll gelohnt, ey. Hat sich voll gelohnt, ey. Hat sich voll gelohnt. Ja. Boah. Ich falle. Nein. Warte, jetzt aber. Boah. Kann man auch schlagen? Ne, oder? Doch, der macht hier... Verdammt. Oder? Macht der hier so Moves? Okay, lass uns mal weitergehen. Keine Ahnung, ist ja ruhig. Na, scheiße. Alle haben es für das selbe Entschieden. Ich komm nicht klar. Ne, da komm ich gar nicht hoch. Weckst nicht. Hä? Ach so. Bis da. Oh Gott. Ich schaue mich. Das ist echt ver... Alter. Wow! Alter, ich komm mir auch gar nicht klar. Ich weiß immer nicht, welch ich bin. Ah, okay. Jetzt ist er wieder runter. Oh man. Nein. Nein. Kommt ihr? Ja. Es ist nicht so leicht. Ne, das ist wirklich nicht leicht, Alter. Übers Brainfuck. Nein, nicht schon wieder. Ich warte nicht mehr. Alter, so, manchmal so... Boah, ich kriege hier gleich Kopfschmerzen, wenn ich euch zuschauer. Scheiße. Ey, ich bring mich um, ganz ehrlich. Oh Gott, ey. Oh ja, genau. Oh shit. Nein. Nein. Boah, das ist sehr verwirrend. Wir müssen jetzt wirklich mal im Team arbeiten. Ja bitte. Im Team arbeiten. Oh fuck, oh fuck. Scheiße. Miteinander. Konzentration. Wir warten, bis das Ding jetzt wiederkommt, okay? Jetzt rauf. Kurz warten. Jetzt rüber. Und jetzt auf das andere. Und jetzt schnell auf die Sprungfläche. Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Warte. Warte, wir müssen noch zurück. Ja, schön. Ja, das ist meine. Meine. Nein, nein. Scheiße. Ja, tot. Uuuup. Wow, wow, wow. Es leckt grad. Uuuup. Oh fuck. Warte. Oh nein. Es hat geleckt. Jetzt hat's grad geleckt. Toll. Willkommen zurück. Wir versuchen die ganze Sache nochmal, nachdem wir alle verreckt sind. Mal wieder. Und ja, wir kennen jetzt zumindest einen Teil des Weges. Los geht's. Oh Gott. Kommt. Kommt, Leute. Attacke. Oh jetzt geht's. Jetzt kennen alle die Blasen oder was. Ach jetzt kommt wieder die Punktejagd allein. Der läuft ohne dass ich was drücke. Okay, ich bin der mit dem Blauen. Oh Gott. Wuuu. Wuuu. Verdammt. Oh okay, ich bin schonmal da. Los geht's. Nein. Scheiße. Oh, ich hab's schon geschafft. Aus dem Lecken zurückgekommen. Wieder auferstanden. Bäm, Alter. Wieder Phönix aus der Asche, Mann. Genau. Aber ich bin der Meinung, wir müssen echt mit dem Sprung nach hier oben. Und ich hab's probiert. Viel Spaß. Nee. Ich hab's versaut. Ich komm mit. Okay. Blasen einsammeln. Tschüss. Nein. Wartet. Achso. Nein. Der Kollege fehlt noch. Der Kollege. Nein, nicht mehr. Ich sag's euch. Achso, man rutscht auf dem Eis. Das ist gar kein Leck. Oder? Kann das sein? Weiß nicht. Hä, lol. Der sammelt die Blasen nicht ein. Okay, es leckt. Ja, also. Überprüft die Verbindung mit dem Host. Ach nö, oder? Oh. Und rausgeschnitten. Mich hat's einfach ins Feuer gezogen. Nur der Kill. Okay, wir sehen uns gleich wieder, sobald wir wieder alle vereint sind. Oh. Okay, ich seh' euch schon mal. Oh. 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 Wir sind ja wieder zu dritt. Und wir werden jetzt bestmöglich versuchen, das Level einfach nur abzuschließen, ohne großartig einen Wettkampf draus zu machen. Ja. Denn das Level laggt irgendwie übertrieben und wir wollen das einfach nur abschließen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jo. Das wäre auch nicht sehr nice. Los geht's. Oh, fuck. Ich hänge schon. Fängt schon mal gut an. Warte. Wartet kurz. Ja. Wir warten. Oh. Ui. Los, weiter geht's. Kannst du da wieder drunter spielen. Wow. Okay, lauft einfach weiter. Ich war jetzt irgendwie mit den Augen auf... Das war doch. Ups. Ups. Aha. Und jetzt, okay. Boah, man kann sich hier gar nicht selber töten. Die Kamera, hä? Ich schick's gar nicht. Ja, weil, weil die auf mir bleibt, weil ich da hoch bin. Ach so. Oh. Bist du noch da unten? Alles klar. Aber ich wollte gerade Selbstmord machen, das geht gar nicht. Du kommst gar nicht in das Menü rein, hier in dem Auto. Super. Yeah. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Okay, gut. Jetzt absprechen halt. Wow, warte, warte. Absprechen. Jetzt kommt das Ding und jetzt springen. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Und da drauf. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich bleib erstmal drinnen. Seid ihr noch da? Nein. Okay. Ich mach das jetzt. Easy going. Ja, mach. Einfach weiter. Wow, wow. Es lag, es lag. Es lag. Wow, es lag echt fies. Das war fies. Hier ist ein Sparpunk. So, lass mal trotzdem ganz kurz gucken, ob es irgendwas zum Einsammeln gibt. Also jetzt nicht die Punkteblasen an sich, sondern diese Collectibles. Nee. Mal zwei. Hier ist eine Zweieraufgabe. Und es laggt. Fängt gut an. Warte mal, achso, kann das sein, dass das einer schieben muss? Okay, warte, warte, warte. Äh, hä, bin ich da durchgefallen? Alter, mit dem Leck. Das wird übel. Das klappt niemals. Bist du oben drauf? Ja. Jetzt schieben wir das rüber. Ja, ich hab's geschafft. Gut. Wow. Der springt viel zu weit. Das ist voll mies. So, komm wieder runter. Okay. Okay, weiter geht's. Okay, lass uns einfach nur fertig werden. Oh, ich bin da. Da. Alter, das ist total effizient, auf ihn, die ihr gucken musst. Oh nein. Das ist böse. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, ich... Oh. Der leckt voll rum. Oh fuck, ich bin tot. Nein. Du musst durch. Oh, sehr schön, sehr schön. Genau. Weiter geht's. Okay. Du musst jetzt glaube ich nach links, oder? Oder gerade? Genau, gerade aus wahrscheinlich. Und dann links. Aber wahrscheinlich erstmal oben auf irgendeine Erhöhung und dann wieder runter. Oh ja. Oh! Nein! Perfekt, im Tod gesprungen. Verdammt. Okay, jetzt dürfen wir wieder alle. Bitte, wir müssen den Level schaffen. Okay, ich bin drüben. Oh, Alter. Okay, gut. Es leckt gerade nicht. Schnell durch. Schnell durch, ne? Ausnutzen. Oh fuck! Oh fuck, das fährt nach unten. Scheiße! Nein! Okay, ich bin durch. Nein! Oh, ich bin durch. Oh, nein! Nein! Oh, es leckt! Okay, hier Spawnpunkt. So, links oder rechts? Unglaublich. Nichts, ne? Okay, wir kommen. Nein! Oh fuck! Ich habe... Hauptsache die Blase. Alter, Alter, Alter. Oh, oh! Nein! Ich komme! Ich laufe! Ich laufe! Hey, was müssen wir machen? Ach so! Einer muss da drauf laufen, dann fährt das nach oben. Oder das ist Zeit für Dingens. Oder? Ja, genau. Safe Point, sehr gut. Boah, Alter. Schwierigste Level ever. Das ist zu heftig! Oh mein Witz! Nein! Oh fuck, wir müssen nach hier unten, oder? Müssen wir nach... Oh fuck! Ich glaube nicht. Wir müssen nach hier unten weiterlaufen. Nach unten, wenn das rauskommt. Jetzt, jetzt, jetzt! Oh, das leckt schon wieder so krass. Und... Oh fuck! Tod! Verdammt! Alter, aber auch die Kamera und dann leckt das. Alter, wie... Das ist ein böser Mix. Richtig böse. Okay, wir müssen jetzt, wenn das hier raus... Lass noch... Okay, dann lauft halt. Okay, dann nicht. Nein! Jetzt, jetzt, okay. Okay, beim nächsten Mal. Jetzt, jetzt, jetzt. Okay, okay, okay. Und rüber, rüber, rüber. Los, los. Und nochmal rüber. Ja, schön. Okay, gut. Ist das bald vorbei hier? Ich komm nicht klar. Okay, Spawnpunkt. Okay. Wir kämpfen hier mehr gegen den Leg. Das Level eigentlich ist gar nicht so schwer. Nee. Ach du Scheiße. Wo müssen wir hin? Geradeaus? Ach du, hier kommen wir ins raus. Okay. Los geht's. Und wohin jetzt? Links, links, links. Und jetzt... Ja, und jetzt... Ja, shit. Und jetzt nach links... Leute, das ist zu heftig. Nein! Nein! Das müssen wir noch mitnehmen. Aber da ist auch so... Oh shit. Oh shit. Oh fuck! Okay, warte. Ich versuch's, okay? Nein! Du versuch's, nicht mal um die erste Kurve. Ich versuch's. Das ist mein Halter. Ähm, ja. Genau. Hä, Leute, schau mal. Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Du bist voll unsterblich, alter. Ja. God-Mode. Aua! Hände ich weg! Wo rennst du hin? Komm hierher! Gott-Mode! Komm mal ein Stück weiter hierher! Nein! Einer bewegt sich einfach so! Ich kann mich nicht hören, das tut mir leid. Boah! Wir machen uns das so schwer. Wir können ja einfach über die Lava rennen, alter. Ich kann feinlich mal sterben. Hallo! Ich folge euch mal unaufkommen. Wo bist du? Wo bist du? Warte, oh fuck! Nein! Oh fuck! Oh! Ja, warte, ich komm' außenrum vorbei. Das ist unglaublich. Oh Gott, save friends! Kann ich mehr atmen! Oh fuck! Warte! Ach so, scheiße! Warte, ich komm' zurück! Woah! Woah! Scheiße! So, jetzt zusammen! Warte! Jetzt! Du saßt an! Jetzt, jetzt, jetzt! Jetzt, jetzt, jetzt! Warte, du hättest doch reagieren können! Jetzt, 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 jetzt! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Warte, ich komm' her! Warte, ich komm' her! Du kannst ja notfalls, wenn wir dann keine Leben mehr haben, einfach durchlaufen! Oh Gott, ja! Jetzt! Jetzt, jetzt, jetzt! Oh Gott, ich weine grad voll! Oh! Oh! Alter! Aber sogar diese komischen Schmelzbahnen da, whatever das ist, die lecken runter von dem Brett! Okay! Aber, warte! Jetzt! Jetzt! Okay, draufstehen! Wow! Oh fuck! Oh fuck! Warte, ich muss nachkommen! Oh! Nein! Kass! Kass! Jetzt bin ich auch mal tot. Sehr schön. Jetzt haben wir aber kein Leben mehr. Scheiße. Jetzt müssen wir durchkommen. Ich bin nicht mehr dabei. Warte, ich muss mich erst mal kurz... Oh, scheiße. Ja Leute, du bist einfach mal reingelaufen. Nein. Du kannst das, wenn sie das alleine machen. Wir konnten mich bewegen. Wow. Wow. Nein. Nein. Nein, nicht schon wieder. Oh, als hätte man lieber was anderes gemacht. Aber es war schon richtig. Einfach mal über die Kohlen gelaufen. Oh. Zu geil. Bin Jesu. Wow. Ficken. Jetzt los. Finde die Zuflucht. Finde die Murmel. Ganz banken. Verlässt sich auf mich. Halt es die Schnauze, Alter. Nein. Halt es... Wer hängt denn hier hinten? Ach, geht weiter. Alter. Achso. Oh, what? Boah. Ich war schon oben. Ich bin da wieder runter. Oh, fuck. Achso. Wir müssen hier. Oh, fuck. Oh, fuck. Sehr schön. Warte, ich komm nach. Warte mal. Schön, wie ihr schon oben seid. Mhm. 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 Wenn wir es können. Besonders Tami. Oh. Auf jeden Fall. Ich kann über Blühle holen. Oh, direkt durch hier. Oh. Voll auf den Verkehr und wieder geguckt. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, scheiße. Oh Gott, scheiße. Oh Gott, scheiße. Zu heftig. Was? Ich fliege in der Luft. Nein. Hä, wo bist du denn? Ich fliege schon wieder. Wieso kommst du nicht wieder? Überprüf Verbindung mit dem Host. Yay. Oh. Oh Gott, der Stiefel ist oben auf dem Ding. Oh Gott, scheiße. Verbindung verloren. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wieder zu dritt. Und wir werden wieder versuchen, das laggegeben. Oh, da geht's schon wieder gut los. Hups. Ich gamp mal. Wow, ich bin doch. Wir müssen zusammen, Leute. Und ich bin da drüben wieder rausgekommen. Okay, gut. Wow, 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 wow. Okay, okay. Äh, Leute. Alter, wie es laggt. Wie es laggt, Leute. Was soll ich machen? Einfach nach Gefühl laufen. Nein. Scheiße. Oh, ist das heftig. Ich dachte, ich wäre unsterblich. Wollen wir auf ihn warten? Ja, mach mal. Sind wir jetzt voll lagge. Oh, fuck. Das hat zu schweben. Zuletzt in der Luft. Oh, Alter. Was? Weggeschoben. Ohne Scheiß. Erneut spielen. Das ist echt der im Ehren. Yeah. So, und da sind wir wieder. Nach dem tausendsten Verbindungserbruch. Und wir werden weiter das laggegeben. Ich lasse aus. Okay, Leute. Konzentration. Oh, fuck. Oh, fuck. Er springt schon. Oh nein. Oh nein. Ich springe jetzt einfach. Ja, sorry. Oh. Bist du fast durchgefallen. Alter, Alter. Oh, Alter. Okay, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt, Leute. Komm jetzt durch. Okay, los geht's. Oh shit. Hä? Was passiert? Einfach laufen, einfach laufen. Das laggt schon wieder. Bei mir läuft's gerade. Okay, jetzt geht's wieder flüssig. So, erstmal aktivieren. So, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Jetzt einfach nur durch. Oh. Ich bin noch da. Ich bin noch. Ah. Ihr schafft das. Oh, fuck. Oh. Scheiße. Todesschall. Wir dürfen nicht sterben. So's mal läuft, Leute. Mir ist so warm. Im Hochofen. Nein, ist leck. Ist leck. Ist leck. Ist leck. Ist leck. Todesschall. Okay. Jetzt schnell darauf. Oh. Und da bin ich. Oder? Jetzt. Jetzt. Oh shit. Sorry. Nein. Und hinterher. Ja, lol. Kommt. Ja. Oh fuck. Der Leck. Der Leck schiebt mich zu. Der Leck. Dann ist vorhin ja auch runter geschmissen. Okay. Oh fuck nicht. Jetzt nicht. Nein, wieder zurück. Wieder zurück. Jetzt, 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 jetzt. Nein. Weiter, 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 weiter. Oh fuck, Leck. Nach oben, nach oben, nach oben. Boah. Okay. Okay. Wir haben neuen Punkt. Okay. Achtung. Wenn das zurückkommt, gehen wir alle. Ja. Jetzt. Toll die Anspannung. Ohne Witz. Oh, oh, oh. Oh, wo, wo bist du hin? Wo? Ich komme, ich komme, ich komme. Oh, Leck. Oh shit, nein. Wo müssen wir hin? Nach unten. Okay, jetzt, nach links. Nochmal links. Ich, achso, scheiße. Nochmal links. Ich rück mich durch. Safe Point. Nein. Schaff ihn. Ich bin da. Ja. Okay, gut. Waren wir schon mal? Jetzt müssen wir... Ah, hier, doch. Das war dann, wo du auf den Kohlen gelaufen bist. Ah, jetzt. So, genau, richtig. Achso, damit das Ding rauskommt. Ah, okay. Nein, scheiße. Wow, ich bin durch, bin durch, bin durch. Und rauf, schnell. Gut. Wieso bin ich... ...töd? Das checkst du nicht. Ein Mysterium. Es ist die Stelle bitte, wo wir verreckt sind. Oh nein. Oh nein, die scheiße. Weg traumatische Erlebnisse. Oh nein! Shit! Shit! Nein! Ich seh nicht! Ich lebe auf! Nein! Ich bin zu weit! Nein! Oh Gott, scheiße! Lauf! Scheiße! Oh man. Fuck, wir müssen hier echt beieinander bleiben. Verdammte Shit! Nein! Oh fuck! Shit, nein! Nein, wir opfern hier die ganze Zeit Leben! Oh fuck! Ich seh nicht, wo ich hinspringe! Nein! Scheiße! Ich bin noch da, ich bin noch da! Oh, ich bin noch da! Der Versprungding! Ja, genau! Na, wieso, 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 wieso? Wieso bleibt die Kamera nicht bei mir? Die Kamera, man, Leute! Scheiße! Okay, jetzt ist sie bei mir. Oh fuck! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Monster lag! Monster lag! Monster lag! Monster lag! Monster lag! Oh Gott, scheiße! Da ist ein Punkt! Da ist ein... Oh! Oh mein Gott! Oh scheiße! Was? Oh, wir haben es gesche... Oder nein, scheiße! Nein! Was ist denn jetzt eigentlich hier? Wir sterben jetzt! Was ist denn das? Oh fuck! Das sind so ein paar Sachen und so. Oh lame! Okay, wir müssen da durchkommen! Okay, ach du Schande! Beim Leck, ne? Oh Gott! Oh fuck! Nein! Ich bin zurück! Scheiße! Alter! Ich schaff das niemals! Ich bin... Ich bin... Ich komme! Hier! Ihr macht das schon! War's das? Das war's! Ihr habt's geschafft! Oh mein Gott! Beim ersten Mal! Scheiße! Beim ersten Mal! Scheiße! Beim ersten Mal! Juhu! Oh, Alter! Ach du meine! Alter, es war der Hölle! Es war schlimmer als der Endregner! Ohne Scheiß! Alter! Ich hab gewonnen! Oh ja! Oh! Alter! Sieg es alle! Adrenalin! Ohne Witz! Das war das schlimmste Level! Ohne Scheiß!